Bhagavad Gita, Vers 4.39 Ein gläubiger Mensch, der im transzentralen Wissen verankert ist und seine Sinne beherrscht, erlangt sehr schnell den höchsten spirituellen Frieden. Erklärung Dieses Wissen im Krishna-Bewusstsein kann von einem gläubigen Menschen erworben werden, der fest an Krishna glaubt. Ein Mensch wird gläubig genannt, wenn er darauf vertraut, dass er die höchste Vollkommenheit erreichen kann, indem er einfach im Krishna-Bewusstsein handelt. Dieses Glauben erreicht man durch hingebungsvolles Dienen und das Chanten von Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Welches das Herz von allem materiellen Schmutz reinigt. Darüber hinaus sollte man die Sinne beherrschen. Ein Mensch, der auf Krishna vertraut und die Sinne kontrolliert, kann sehr leicht unverzüglich Vollkommenheit im Wissen des Krishna-Bewusstseins erlangen. Ein Mensch, der auf Krishna-Bewusstsein